Hallo! Das sind die Tyler-Brüder, die sich sicher sind, dass sie den ganzen Weg gehen werden. Jeder von ihnen kennt seine Rolle und der Jüngere unterstützt den starken Antoine sowohl im Leben als auch auf dem Basketballplatz. Doch tragische Ereignisse zwingen Kenny dazu, sich schwierigen Fragen zu stellen und seinen eigenen Weg aus dem Schatten seines älteren Bruders zu treten. Ein Highschool-Basketballspiel. Ein großer weißer Junge geht geschickt unter dem Ring hindurch und trifft, als plötzlich ein dunkelhäutiger Junge vor ihm herstürmt. Er verhindert mit einem kraftvollen Block, dass sein Gegner ein Tor erzielt, aber der Vater-Coach schimpft mit seinem jubelnden Sohn. Auch wenn sein Spielzug spektakulär war, ist der Ball im Aus. Die Gegner haben immer noch den Ball und liegen in Führung. Jetzt brauchen sie eine Interception und ein genaues Field-Goal, um zu gewinnen. Der Trainer lässt Kenny, den jüngeren Bruder des Springers, den entscheidenden Wurf machen, während Antoine protestiert. Er ist der beste Spieler im Team und will das Spiel selbst übernehmen. Kenny selbst ist sich seiner Fähigkeiten nicht sicher und stimmt seinem Bruder zu, aber der Vater besteht auf seiner Entscheidung. Nach einer erfolgreichen Abfang-Aktion stürmt Kenny auf die gegnerische Seite des Spielfelds. Alles, was er tun muss, ist einen offenen Wurf zu machen, aber aus irgendeinem Grund zögert er. Obwohl der Ring direkt vor ihm liegt, gibt er den Ball an seinen Bruder zurück. Er weicht den Gegnern aus, die jetzt wieder in der Verteidigung sind, und bekommt auch noch die Chance, einfache Punkte zu machen. Der Ball fliegt durch die Luft und… ein Fehlschuss in letzter Sekunde. Das Spiel ist verloren. Come on, bro, I'm sorry, man. Come on, man. Antoine kann sich die Niederlage nicht verzeihen. Er hat alles wie sein Idol Michael Jordan gemacht. Der Vater tröstet die Jungs. Das Wichtigste ist, das Ziel im Blick zu behalten und sich gegenseitig zu unterstützen. Dann wird schon alles klappen. Seinen jüngsten Sohn ermutigt er, an sich selbst zu glauben. Er hätte auf seinen Vater hören und einen offenen Schuss riskieren sollen, anstatt sich auf seinen Bruder zu verlassen. Viele Jahre sind vergangen und die Jungs spielen jetzt im College für dasselbe Team, die Washington Huskies. Der Älteste fliegt immer noch hoch über den Ring und verlässt sich auf die präzisen Pässe von Kenny. Die Mutter gratuliert ihren Söhnen und die Tylers erinnern sich gemeinsam an ihren Vater. Sie wünschten, sie könnten die Freude über den Sieg mit ihm teilen, aber leider ist er nicht mehr bei ihnen. Das Team zieht um, um seinen Erfolg in der Bar zu feiern. Kenny schaut sich das Mädchen hinter der Bar an, während Antoine mit verbundenen Augen einen Korb wirft, weil er eine Mutprobe gemacht hat. Der ältere Bruder ist inzwischen ein wenig zum Star geworden und sonnt sich im Ruhm und der Aufmerksamkeit der Mädchen. Kenny ist nicht so beliebt und die Brüder schließen eine Wette darüber ab, ob Kenny die Nummer der heißen Braut hinter der Bar bekommen kann. Das Mädchen bemerkt die Blicke der Basketballspieler und rennt davon. Kenny rennt auf die Straße, wo sie ihm aus ihrem Auto zuruft. Sie gibt ihm zwar keine Nummer, aber sie weiß genau, wer er ist und lobt ihn für sein gutes Spiel. Es ist R.C. St. John, eine Reporterin für die Universitätszeitung, und am nächsten Morgen erscheint ihr Artikel über die Washington Huskies. Darin steht, dass Antoine der Star und die treibende Kraft des Teams ist und dass Kenny mit seinen Pässen den Stil und das Tempo des Spiels bestimmt. Im nächsten Spiel reißen die Brüder die Verteidigung weiter auseinander. Doch nach einem weiteren spektakulären Dank beginnt Antoine plötzlich zu würgen und stürzt aus großer Höhe auf den Boden. Auf einer Trage liegend bittet er seinen Bruder, sich keine Sorgen zu machen und das Spiel zu Ende zu spielen, aber auf dem Weg zum Krankenwagen sinkt sein Puls und das Ärzteteam beginnt mit der Wiederbelebung. Die Mannschaft kann den Stress durch die Verletzung ihres besten Spielers nicht verkraften und verliert. Kenny eilt los, um sich umzuziehen und nach seinem Bruder im Krankenhaus zu sehen, wird aber von seinem Trainer aufgehalten. Er informiert ihn über die Tragödie. Ein plötzlicher Herzinfarkt hat Antoine das Leben gekostet. Kenny ist schockiert und kann nicht glauben, was passiert ist. Die Huskies verabschieden sich von ihrem Spieler, indem sie seine Trikotnummer als Poster unter der Decke ihres Heimplatzes verewigen. Aber das hilft ihnen nicht, in der Liga zu punkten. Frustrierte Basketballer verlieren Spiel um Spiel und Reporter löchern sie nach den Spielen mit unangebrachten und unhöflichen Fragen. Kenny hält den Stress nicht aus. Nach einem Spiel in einer leeren Turnhalle ruft er in die Leere, wie sehr er seinen Bruder vermisst und dreht sich unter Tränen zur Decke der Turnhalle, wo Antoines Trikot mit seiner Nummer hängt. Aber er ist nicht ganz allein. Diese rührende Szene wird von R.C., der Journalistin, beobachtet. Das Mädchen holt Kenny ein und bietet ihm sein Beileid an, aber er ist nicht in der Stimmung, mit der Presse zu sprechen. Er ist die Fragen und Diskussionen über den Tod seines Bruders leid. Aber R.C. schafft es, ihn davon zu überzeugen, dass sie nicht wegen des Zeitungsmaterials mit ihm spricht und fühlt aufrichtig mit ihm. Gemeinsam verstecken sie sich vor einem sommerlichen Regenguss unter einem Regenschirm. Der Trainer versucht, etwas aus dem dezimierten Kader der Mannschaft herauszuholen, aber nichts scheint zu funktionieren. Er beendet das Training und schickt die Jungs in die Umkleidekabine und Kenny wirft den Ball vor Wut in die Luft. Aber merkwürdigerweise fällt der Ball nicht herunter, sondern verschwindet irgendwo unter der Decke der Turnhalle. Allerdings bemerkt das nur der Junge, der die Bälle an die Mannschaft verteilt. Der Trainer sagt, dass Kennys Leistungen schlechter geworden sind und man ihm bereits einen Ersatz angeboten hat. Aber der Coach will das nicht tun, weil er in Kenny Potenzial sieht. Doch der glaubt nicht mehr an sich selbst und sagt, dass er mit der Rolle des Mannschaftsführers nicht umgehen kann. Bei seinem nächsten Spiel machen sich die Kommentatoren und Fans wieder mal über Kenny lustig. Er wirft nie auf den Korb, sondern gibt nur ab. Ja, er ist seinem Bruder nicht gewachsen. Die Huskies liegen wieder mit zwölf Punkten zurück. Der Trainer weist Kenny an, selbst zu werfen, sobald er eine Chance bekommt. Der Junge geht ins Spiel, als er plötzlich ein seltsames Flüstern hört und der Ball aus seinen Händen dorthin zu fliegen scheint, wo er hin soll. Kenny versteht nicht, wie er den Siegestreffer erzielen konnte, als er versuchte, den Ball zu passen. In der Umkleidekabine hört er die Stimme wieder aus dem Nichts kommen. Er versucht, das Geschehen nicht ernst zu nehmen, als sich plötzlich die Wasserhähne im Duschraum von selbst öffnen und der Geist seines Bruders erscheint. Antoine erinnert sich an die Worte seines Vaters, dass die Brüder für immer zusammenhalten müssen. Der Geist erklärt, dass er erschienen ist, weil Kenny vor ein paar Tagen in der leeren Halle nach ihm gerufen hat. Außer Kenny kann niemand Antoine sehen, der ihm nun bei den Meisterschaftsspielen helfen wird und tatsächlich immer für ihn da ist. Die Washington Huskies befinden sich in einer schwierigen Lage. Sie müssen jetzt jedes einzelne Spiel gewinnen, um unter die besten vier des Turniers zu kommen. Als nächstes sind die Cougars an der Reihe, sehr harte Gegner. Während der Trainer die Mannschaft instruiert, bringt Antoines Geist Kenny zum Lachen und lenkt ihn mit seinen Späßen ab. Es ist Zeit, aufs Spielfeld zu gehen und die Cougars erleben ein ganzes Arsenal an surrealen Ereignissen. Die Huskies fliegen über das Spielfeld, errichten undurchdringliche Barrieren und der Ball schafft es den Gesetzen der Physik zum Trotz, nicht bis zum gegnerischen Korb. Washington führt mit einem Punkt, aber der Geist ist nicht allmächtig. Er kann den Korb nicht vor dem starken Pass und dem Slamdunk des Gegners schützen. Doch dann übernimmt Antoine das Spiel. Er macht alle notwendigen Pässe selbst und teleportiert sich über das Spielfeld. Und jetzt vollendet der jüngere Bruder das Kunststück, indem er den Ball von oben herunterschlägt. Die Huskies gewinnen ihr zweites Spiel in Folge. Am nächsten Tag trifft Kenny R.C. am Springbrunnen. Er findet endlich den Mut, sie um ein Date zu bitten. Das Mädchen willigt ein, scheint aber einen Verdacht zu haben, was die vergangenen Spiele angeht. Der ältere Bruder stört das Date. Er greift ein, um den Jungen zurück in die Turnhalle zu bringen, wo die Mannschaft trainiert. Kenny fängt vor den Augen der anderen Spieler einen Streit mit einem Geist an, die das verrückte Verhalten ihres Kameraden sehen und ihn zum Arzt bringen. Kenny fordert Antoine auf, seine Kräfte zu demonstrieren, damit das Team ihm glaubt. Er schlägt vor, dass der kleinste Spieler im Team versucht, einen Slam-Dunk zu machen, was ihm nach einem magischen Kick von Antoine leicht gelingt. Aber das reicht nicht aus, um das Team zu überzeugen, was den Geist richtig sauer macht. Die Mannschaft ist geschockt. Obwohl sie jetzt weiß, wer der sechste Spieler auf dem Platz ist, der über das Schicksal ihrer Spiele entscheidet. Die Meisterschaft geht weiter. Und der nächste Gegner der Huskies, die Bulldogs, haben sie in dieser Saison bereits vernichtend geschlagen. Es ist Zeit für eine Revanche. Zu diesem Zeitpunkt schlägt Arcees Chef vor, dass die Reporterin ihre Beziehung zu Kenny ausnutzt, um mehr Informationen über das Team zu bekommen. Wenn sie etwas wirklich Sensationelles herausfindet, wird sie auf den Titelseiten der besten Sportmagazine des Landes erscheinen. Und auf dem Spielfeld nimmt es Antoine bereits mit dem wichtigsten Spieler der Bulldogs auf und bringt ihn zur Weißglut. Dieses Mal ist er selbst im Besitz des Balls. O'Neal rennt in die Umkleidekabine. Ohne ihn gewinnen die Huskies mit Leichtigkeit und Kenny erzielt bis zum Ende des Spiels ganze 36 Punkte. Es ist Zeit für ein wohlverdientes Date, bei dem Arcee sich fragt, ob Kenny irgendwelche verbotenen Drogen nimmt. Die jüngsten Siege scheinen ihm zu leicht zu fallen. Kenny versucht ein Gespräch zu führen, aber Antoine ist da und mischt sich immer wieder in das Privatleben seines Bruders ein. Er bringt ihn dazu, sich seltsam zu verhalten, um Arcee abzuschrecken, aber sie lässt sich trotzdem von Kenny zur Tür ihrer Wohnung begleiten. Die Verabschiedung scheint mit einem lang ersehnten Kuss zu enden. Der ältere Bruder nimmt die Dinge jedoch selbst in die Hand, und das nicht nur auf dem Spielfeld. Das Mädchen geht, und die Teilers geraten in einen Streit, der im Flur für Aufruhr sorgt. Antoine kann Kennys Ungehorsam nicht akzeptieren, ist beleidigt und verlässt das Gebäude mit der Drohung, bei der Meisterschaft nicht mehr zu helfen. Aus Angst zu verlieren, entschuldigt sich Kenny, und die folgenden Spiele sind wieder voller übernatürlicher Ereignisse, die den Huskies den entscheidenden Vorteil verschaffen. In einem der Spiele will Antoine in den letzten Minuten auftrumpfen und führt das Team entgegen der Anweisungen des Trainers in den Angriff. Er gerät in Lucas hinein und stößt den Verteidiger brutal um und bekommt das letzte fünfte Foul. Seine Einmischung wird nicht nur für die Außenseiter unangenehm, sondern auch für diejenigen, die davon wissen. Arcee hingegen untersucht weiter Huskies Spielmaterial und findet, wonach sie gesucht hat. Es ist die letzte leichtsinnige Episode von Antoine, die es ihr ermöglicht, Beweise für seine Anwesenheit zu finden. Vor den letzten Spielen versammelt sich das Team, um über den Einfluss des Geistes auf ihr Spiel und ihr Leben zu diskutieren. Antoine lässt die anderen nicht mit, hört nicht auf den Trainer und nimmt zu viel auf sich, wie er es zu Lebzeiten schon getan hat. Die Spieler sind darüber nicht glücklich und wollen ihn aus der Mannschaft ausschließen. Der Geist antwortet, indem er den Raum vor Wut zertrümmert. Sie sollten ihm dankbar sein und nicht so respektlos nach all der Hilfe, die er ihnen gegeben hat. Kenny stimmt zu, dass die Mannschaft ohne Antoine nicht mit einem Sieg rechnen kann und stellt sich auf die Seite seines Bruders. Vor dem nächsten Spiel trifft Arcee auf Kenny. Er vertraut ihr und versucht das Geheimnis, um Antoine zu lüften, der die ganze Zeit an seiner Seite war, aber das Mädchen ignoriert seine Versuche. Sie weiß bereits alles und hat einen Artikel über die unehelichen Siege dabei, der in großen Sportmagazinen veröffentlicht werden soll. Doch als es an der Zeit ist, den Text mit der Redaktion zu teilen, beschließt Arcee die größte Chance ihrer Karriere auszuschlagen. Sie zahlt den Preis, um Kennys Ruf und ihre Beziehung zu ihm zu retten. Der Artikel wandert in den Papierkorb, bevor er überhaupt das Licht der Welt erblickt. Zeit für das Halbfinale. Kenny begrüßt seinen langjährigen Bekannten Smith, der der Star der gegnerischen Mannschaft ist. Antoine mischt sich nicht in das Spiel ein und Smith erzielt allein in der ersten Halbzeit 22 Punkte. In der zweiten Halbzeit wird es für die Huskys noch schlimmer und der Geist kann dieser Blamage nicht länger stillschweigend zusehen. Er stürmt auf das Feld und verletzt den besten Spieler des Gegners mit einem tückischen Stoß. Dadurch kann seine Mannschaft gewinnen. Aber zu welchem Preis? Nach dem Spiel geht Kenny ins Krankenhaus, wo die Ärzte seinen verletzten Gegner operieren, und erlebt noch einmal die Nacht, in der sein Bruder zusammenbrach und starb. Er bekommt Besuch von Arcee. Sie deutet an, dass Kenny Antoine nicht gehen lassen kann, und das ist nicht gut für ihn. Der ältere Bruder kommandiert den jüngeren Bruder herum, auch nach dessen Tod, und das kann nicht ewig so weitergehen. Der Tag vor dem Endspiel bricht an. Die Brüder unterhalten sich in der Umkleidekabine, wo Antoine gesteht, dass er vor jedem Spiel nervös war und in ständiger Angst lebte, den Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden. Das überrascht Kenny sehr, der seinen Bruder immer für einen unverwundbaren Mann mit Nerven aus Stahl gehalten hat. Schweren Herzens bittet er Antoine, sich in keiner Weise in das Finale der Meisterschaft einzumischen. Und wenn er irgendetwas versucht, wird sich das ganze Team einfach weigern zu spielen. Das Finale gegen Massachusetts dürfte das bisher härteste werden. Das gegnerische Team hat drei zukünftige NBA-Spieler, und während der Geist von der Bank aus zusieht, gewinnt Washington die erste Halbzeit mit einem 20-Punkte-Vorsprung. Aus dieser Position kommt man nicht mehr zurück. Und die Jungs lassen sich entmutigen. Aber Kenny lässt sich nicht abschrecken und wird zu einem echten Teamleader. In der Halbzeitpause fordert er seine Kameraden auf, sich daran zu erinnern, was sein Bruder für sie bedeutet. Die Huskies kommen mit enormem Schwung in die zweite Halbzeit und verkürzen den Rückstand auf 10 Punkte. Aber der Gegner gibt nicht auf und führt bis zu den letzten Sekunden. Kenny spielt aufopferungsvoll in der Verteidigung und kann einen wichtigen Stil machen, aber es bleibt keine Zeit, um zum Korb zu gelangen. Sein Bruder ist in der Nähe, bereit, das Spiel zu gewinnen und den Traum der Tylers wahr werden zu lassen. Doch Kenny setzt auf den Weitwurf. Der Ball ist im Korb. Sieg. Und Kenny kann ihn endlich genießen. Er hat den Schutz seines Bruders aufgegeben und den Glauben an sich selbst gefunden. RC stürzt sich in die Arme des Helden und niemand kann sie jetzt noch aufhalten, denn Antoine verlässt die Welt der Lebenden, um sich ein anderes Team zu suchen. Wer weiß schon, wie die himmlische Meisterschaft so abläuft? Wie immer findest du den Filmtitel in der Videobeschreibung. Und wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, teile uns deine Erfahrungen in den Kommentaren mit. Müssen sich die jüngsten Geschwister immer mit einer Nebenrolle abfinden? Achso, und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit noch mehr fantastische Nacherzählungen erscheinen. Bis zum nächsten Mal.